Geht es? Geht Kiefer ist das. Geht es? Na komm, die kommen da gar nicht hinterher, wenn die Falle hier. Wir kommen da rein. Das war's für heute. Da haben wir die Fontänen geschossen, haben wir so lange geglaubt. Wie die Schiffe da draußen liegen. Jetzt könnte man stundenlang zugucken. Die Schiffe da draußen liegen. 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 Morgen sollte der ruhig sein. Die Schiffe da draußen liegen. Die Schiffe da draußen liegen. Die Schiffe da draußen liegen. Die Schiffe. Siehst du das? Ja. Die Schiffe da draußen liegen. Oh, das ist ja so gut, Mann. Da hast du ja Salud dabei gewesen, hast du das gesehen? Einmal Dynamid und irgendwann mit Arthur. Dynamid 3 ist die beste, ne? Ja, Dynamid 3. Und dann irgendwann mit Arthur nochmal. Kroll Arthur. Dann meinst du Kroll Arthur als letztes und dann als letztes? Genau, genau so machen wir. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Aaaaaaaah. Ja. Ja. Die Molokalen sind nicht billig, oder? Die Molokalen sind nicht billig, oder? Die Molokalen sind nicht billig, oder? Wie soll man nicht hier unten was schmecken? Gar nicht hier. Das ist ja auch hier. Die Molokalen sind nicht billig, oder? Die Molokalen sind nicht billig, oder? Oh, genau. Temций, die Mololin sind nicht계 Hem. Die Molokalen sind dieomizer. birds haben alle. Die Molokalen sind nicht macht. Die Makesenen sind getroffen, oder? im Mats Es ist aber gut! Happy birthday, mein Kost! Komm mal her! Ja, danke Jo! Und ganz hoch! Ganz viel an, viel, Alter! Amina, wenn der Fleckchen... Nein, nicht mehr!